Moment mal, was Kuscheln sind da überhaupt? Was wird denn hier gelabert? Gar nix, alles gut, ist ja schön, dass mal jemand aus Ostdeutschland in der Anstalt ist. Ostdeutschland, ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Ostdeutschland. Es ist furchtbar, Ostdeutschland. Nein, ernsthaft, da wissen wir mittlerweile auch nicht mehr, ist das jetzt ein Standortvorteil oder üble Nachrede? Na, ist doch so. Also ich komme nachweislich aus Sachsen und das ist Mitteldeutschland. Ja, MDR, mit deiner Rente. Ostdeutschland, die Gebiete gehören uns doch noch gar nicht wieder. Das ist doch genau.